um mir war kalt Andi geht doch ins wasser der achtet dann ist mehr wieder kälter aber dann bist du wenigstens gelöscht ja dann bin ich ja gleich wieder nass er hat mich da geschlagen leute jetzt schlafen oder nicht schlafen 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 er kaputt gemacht ja die kann die beiden wie kann man es wieder end kaputt machen wenn du hart mit Harz aber kein Harz ist egal ob ich aber schlafen als er verletzt letzter auch noch hier kommen ob schlafen 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 Dankeschön hier die Sommer speichern ich gehe jetzt erst mal noch jedes Vogelfläche speichert das man unter einem separaten Slot Prozent mein Spiel spielt beim Speichern gerade in die ab das ist normal das ist normal du musst warten ist mir eben auch passiert das hat nur lange gelegt ist normal hey aber wenn ich jetzt ausweichern dann geht es eigentlich jetzt ist das ganze Vogelfleisch weg vergammelt oder weg 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 ja hier liegt noch eins auf dem Grill ja das hab ich wahrscheinlich da gelassen nom 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 jetzt ist es weg ich will auch was essen komm ich lege neues drauf oh wer hängt denn die Fische auf anstatt die zu grillen ich Aua wer hat denn dann den brennenden Kadaver hingelegt und da läuft bei euch ähm äh ich hab keine Angst, das ist ein lebender Kannibale ne ich hab den nur weggeschmissen ja aber nicht dass der mich auch noch hier anbrennt ey ja den geh doch nicht einfach nicht rein jetzt kann man die Fische aufhängen ne aber nicht essen ja noch nicht weil die erst reifen müssen oh ist das lecker hier der James ist voll ungeduldig so ich muss mir jetzt auch mal ne Schluck Alkohol gönnen ne nicht kein Bier vor 4 ja tak wo ist denn mein ich hab keine Uhr ich kann nicht wissen Julian es ist gerade morgens früh Julian Andi ich hätt gern meinen Kochtopf wieder weißt du der tak der besäuft sich schon wieder weißt du hat den ganzen Tag dann nen Kada weißt du schon ich hab noch gar nichts getrunken ich hätt trotzdem gerne meinen Kochtopf wieder ja was ist dein Kopf kannst du gerne haben den schlag ich dir ab und in dem ich den den Topf kann ich dir leider erst wieder geben hier gibt übrigens noch ganz viele Boote ja ich hab schon genug hier wenn wir das nächste Mal Wasser haben Leute hier ist ein Kannibale ja hier hinten bei mir ne bei bei mir auch hier schlachten wir jetzt noch effekter da kann doch was bringen Leute sollen wir jetzt mal aufhören hier ständig rum zu dingsen und mal in die Höhle gehen ja Moment äh hab ich eigentlich jetzt irgendwie oder so mal ne ich bin gleich wieder da ich muss mir noch kurz ein paar Sticks organisieren dann können wir gerne in die Höhle gehen weil dann mach ich mir noch schnell ein paar Pfeile wir müssten vielleicht mal hier die Teile noch aufhängen oder von den Typen ja aber wie wie das funktioniert doch nicht dieses Teil da oder ich kann da nichts dranhängen du musst das Ding auswählen und dann mit C da dranhängen ja aber du kannst die Vögel nicht dranhängen ja aber du kannst die Füße dranhängen also das klang jetzt irgendwie komisch ähm ja wir hängen uns einfach kopfüber da dran und fresh fresh arm oh fresh arm gerade vor was gibt es heute zum Arm da ist noch ein josh 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 stell dich mal rum josh josh gleich ich hol noch ein paar Arme josh josh hallo 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 soll ich dann weinen habe ich das ist eigentlich vielleicht kann ich ja auch um was Kraft und ich habe ich habe ich habe ich mir dann ja nicht wenn ich ja ich verstehe es ist täglich so zu tun wo für ist denn SirSuite Board Circuit Board der Wofür sind die Gäste Bombenfühl basteln wo Hupen genau was eine Bombenstimmung hier ne NSL bist du also wenn jemand ich bin immer gerade so haben Achtung wenn jetzt wieder Hostel Nordriss von den Städten Google doch mit deinem iPhone wenn jemand wenn jemand hier hinten ist übrigens ein Teich wo ist ein Teich da ist ein Teich da ist ein Teich da geh ich mal hin da komm ich mal hinterher wenn ich mal was anderes saufen kann also außer meinen Dosen Alkohol Leute außerdem landen hier Vögel da waren wir doch schon wollen wir jetzt mal endlich in die Höhle ne ich nehme doch mal mein Trinken mit wir haben schon 40 Minuten aufgenommen wo noch nichts zu fette gekriegt außer zu sterben was zu essen und zu trinken mitnehmen liebe Leute ja essen und trinken ist wichtig ich bin ja schon dabei wieder Vögel zu töten aber hier ist ein See da waren wir vorhin schon Josch ja aber wie kann ich den jetzt auffüllen die auffüllen gar nicht stell dich einfach dahin und drück E wenn da dieses Trink Symbol ist es tut zwar mal kurz so B aber aber mein der ist nicht voll dein Topf wird nicht voller ja doch der ist voll das Teich du wenn du zum Feuer gehst kannst du trotzdem hinstellen da steht aber 40% drauf ich kann ja auch nicht equipen ich hab gar keinen Topf wo sind deine Attacken ich stehe hier vor deiner Ahnung direkt über dir stehe ich hier wo sind denn die ganzen Fische hin wer hat die ganzen Fische gefressen wer hat den Fisch von dem Dinger geklaut du und jetzt komm her der Julien hat die ganzen Fische vom Julien die ist ein Fisch Julien Julien da liegt ne Bibel liest du mir was vor nein warum nicht wenn ich Bibeln anfasse verbrenne ich ach so so ist das wo ist ein Bein also das ist was zu essen im Inventar Leute Höhle also ich gehe jetzt hier rein würde mir jetzt gerne noch grad ein paar Vögel fangen du hast ja noch Vögel gefangen du hast ja die ganze Zeit Vögel gefangen ja wir müssen wenigstens was zu essen mitnehmen ja ich könnte ja nicht wissen das ist das das gute Fleisch gießbar und doch klar kann ich Vögel essen die geben Fleisch und Feder also ich habe jetzt ein paar Beine die kann man kochen in der Höhle so ich bin jetzt fast voll mit allem jetzt kommen wir da eigentlich rein ist Andi da schon drin? mhm kann ich hinterher? mhm Hallo Andi Hallo Andi mhm aah aah ich wollte mal mitschreien achso ich dachte ich dachte ich schaff's wieder ich hab's geschafft das ist schön seid ihr schon drin? ja Petsu T-Set mhm also bis jetzt ist die Luft ne das fragt sie eher noch Josch stimmt das ist ja schön hier bist du schon drin ich spür nichts oh das ist geil mit dem Wasser hier das ist ein Kompliment alter sieht das geil aus hier sag ich doch schon cool dann toten Füße meine gerade ne organisiert oder ne andere Frage wir sind gerade in der Höhle Jungs das ist spannend äh nein äh erschreckt sich Luisa einfach nicht so leicht wie du oder ist sie inzwischen abgehauen die hat gerade genauso geschrien wie ich echt? wo ich mit Andi zusammengeschrien hab achso ja du bist halt der was denn jetzt los? was war das für ein Geräusch? ja das ist einfach nur so ein Jumpscare Ding echt jetzt? ich soll echt bei euch bleiben werden das ist ganz sinnvoll oder? oh guck mal wie geil die Höhle eigentlich aussehen ja das ist mit dem blauen ist das voll geil hier ja Andi wo bist du hin? wir sollten mal zusammenbleiben Andi 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 wir sollten zusammenbleiben glaub ich ihr solltet schon äh ich bin noch nicht da und so ne ja du musst ja Vögel fangen ne ich muss keine Vögel fangen ich mach gerade noch meine Pfeile vernünftig jetzt fahr mal auf rum zu vögeln hier ist eine schöne Tropsteinhöhle mit Stadark und die sieht die Wunde ja stelle he 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 ähm er hat Titen gesagt ja ich hab nur Titen gesagt aber ist voll schön hier aber ist voll romantisch oder? ohhhhhh voll romantisch buch 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 hallo Vogel wir werden angegriffen und sterben einfach glaub ich nach beinahe hab ich schon genug ok zum Teufel bin ich komm denn jetzt gleich auch mal in die Höhle ich hab irgendwie Angst zu allein wenn ich ehrlich bin ja Tack wo bist du hin? Luisa hast doch bei dir ich weiß gern was du hast ja aber die hat die kann mich nicht re-re-re-re-re-dingenzen re-dingenzen so ich bin jetzt Andi geh mal nicht so weit rein bin jetzt drin das heißt geh mal nicht so weit rein ich bin ne Runde geschwommen da ist nix weiter wir müssen in ne andere Richtung geh mal nicht so weit rein hallo so ich bin wieder da wir müssen in ne andere Richtung was war das jetzt? ein Glas ich dachte du wärst umgefallen Glas? ja ein Glas was hat Glas damit zu tun? ich hab gedacht du wärst umgefallen das ist voll schön ich mach mal das Licht aus aber wie ne Flasche die sind aus Plastik meistens äh Josh? ja komm mal zu mir ja ich wollte euch erstmal mal angucken was da ist da hinten ist nix ja ich wollte mal ein bisschen schwirren oh sieht das schön aus das sieht voll geil aus hier gell äh Leute hier liegen Beine ja das ist uns schon aufgefallen das ist normal wo seid ihr denn lang gelaufen Mensch? hier wo es wassert hier geht james du james du bist jetzt wohl gerade voll an uns vorbeigelaufen ja schön guck mal ich hab äh wo geht's denn hier weiter? gut oder geht's runter? genau also ich werd diesmal nicht als erstes vorgehen wie duckt man sich denn nochmal? mit 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 steuerung mit steuerung äh steuerung genau das gegenteil einfach ich bin bin schon hier runter ja aber wie komm ich da wieder hoch? gar nicht gar nicht doch da geht's noch lang also hier geht's in zwei richtungen weiter theoretisch müsst ihr da mal wieder oder? wenn da jemand kommt dann laufen wir wenn da jemand kommt dann äh wir laufen und du schreist freuen wir uns freuen wir uns weil sie uns so toll finden wir laufen du schreist ja aber ich hab nicht lust dass sich da einer einen auf uns runter holt in welche richtung? ja das hab ich mich auch gerade gefragt wer geht da gerade nach rechts? also ich würd sagen der Andi will die Große nehmen der Andi will die Große nehmen warte ich guck mal was hier so ist da ist so ein Blauschimmern ist schönes Wasser hier ist nur Wasser hier geht's nicht weiter dann müssen wir wohl hier den großen Durchgang nehmen oh schreit's da gerade? ah ne ich bin ich bin derjenige der hier mit Pfeilen bewaffnet ist ich äh der sollte vielleicht vor schütze euch gern ey hier geht's übrigens ein Seil runter oh alter hab ich mich gerade erschreckt bei mir bei mir ist es tatütata vorbei gefahren wir haben gerade draußen Kinder da hinten warte hinten leuchtet Licht Josh komm komm Josh ich glaub es reicht wenn ich erscheine oder? so runter oder? ist das schon jemand unten? ja runter ist das schon jemand unten? ich bin aufm weg noch unten weißt der Andi steht da so wie so ein Militärsgt los los du kannst los los hey Tchokot warum bist du so langsam ich kletter nochmal kennt einer der Descent? wieviel Cent? Leute ich will hier irgendwie nicht sein der Descent diesen Horrorfilm wir kommen im Club da hinten leuchtet was kennt den einer? Tchokot da hinten leuchtet was ich hab meine organisatorische Frage ja ich seh ich nein komm mal runter frag keinen so'n Scheiß hier ich bin unten ich hab eine organisatorische Frage wenn wir jetzt alle drauf gehen was passiert mit dem Let's Play was soll dann passieren? das ist dann völlig im Arsch nein keine Ahnung was damit passiert und haben keine Axt und stick oh da ist das Licht da gehts raus nee das missinterpretierst du da oben das missinterpretierst du das wird erst noch nachgeladen jetzt nicht mehr scheiße ja man kann eigentlich hinter uns auch was spawnen da oben ist grün hier unten ist Wasser warum ist das grün da oben? warum ist das grün da oben? das sind bestimmt Sternbilder das sind bestimmt Sternbilder was die Höhle groß wie geil mhm ja geil war jetzt nicht das Wort was mir dazu in den Sinn kam aber das sieht sehr schön aus hier ich mach davon ein Screenshot da siehst du doch gar nichts drauf ja das ist einfach nur schwarz hey nur weil es schwarz ist kommt ihr auch mal mit? nee eigentlich hab ich Angst werf mal einen Stein durch die Gegend so Janus Sakurteil woher gehts hin? nee gehts nicht aber hier kann man sie wahrscheinlich verstecken oder? ich würde gerne ich würde gerne weiter in die Höhle rein könnte man sich hier verstecken? keine Ahnung hm ich weiß nicht ob er nicht da noch seine Babys hinwerfen kann mal hier hoch was? ja Muschiklaus wirft was mich erwartet stimmt Muschiklaus wirft nach Teilen mit Teilen nach dir durfte sie schon feststellen also da hinten leuchtet irgendwas da geh ich jetzt mal hin ne ah scheiße hier ist ne Fackel wahrscheinlich hier schreit was ja hier schreit was ja hier ist hier ist so ne Totenkopf Fackel nein hier schreit was ich glaub das ist irgendwas ich glaub das ist Josh nein das hat gemacht ja kommt ihr jetzt mal bitte hin wo ich bin trab trab und immer dran denken wo nicht roti ist kann zu laufen ach da hinten da hinten ist der Totenkopf da ist wo ich gestorben bin äh Leute ja das ist beruhigend da wo der Totenkopf ist hier ist dann aber nicht so wirklich sicher oder? da wo der Totenkopf ist aber halten sich diese Figuren überall gleich AHHHHH was sind jetzt so ne Geräusche hier sind die Babys irgendwo unterwegs das hab ich doch gesagt dass ich Geräusche höre das klopst mir nicht was James ja die stehen in Kisten ich hab Angst weiß ich da hinten kann man ja nicht stehen ja man kann Babys AHHHHH aber Baby hat mich erwischt hä wo wo sind die die hier sind ja überall irgendwo die kommen da angekrobbt ich hab grad schon eins äh gefällt mach deinen Drecks oder ist einer oben auf dem Felsen ey hey 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 ich bin voll erschütter eigentlich hab ich Kampferfahren sammeln ich weiß macht Splat ist tot ist tot ist tot ihr hier wo 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 Untertitelung des ZDF, 2020